Ja hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play, Lego, DC, Superwind. Weiter geht's mit der Geschichte. Heiliger Cracker, das werdet ihr nicht glauben. Hey, warte auf mich, Mr. Tick. So, Zuckerguss. Bewohner von Erde 1, wir sind das Justice Syndicate. Wir kommen aus einer Parallelversion eurer Welt namens Erde 3. Wir sind spitze und wollen helfen. Eure Justice League wurde auf eine Mission ins All geschickt. Wir sollen euch beschützen, solange sie unterwegs sind. Was? Das klingt doch ganz anders. Genug fern gesehen für heute, Harley. Zu viel ist schlecht für deine Augen. Aber Mr. J, ich hab gesehen, wie die neuen Justice Trottel die alten Justice Trottel mit so einem Dingsbomb wegteleportiert haben. Mit meinem Handy könnte ich's dir beweisen. Psst, ich suche immer noch nach meinem vollen Spielzeug. Hilfst du bei der Suche, Lex? Eher trage ich ein Toupet. Außerdem gibt es wichtige Dinge für mich in Metropolis. Oh, und danke für das Geschenk, Joker. Warum muss ich auch immer den Schlüssel stecken? Lass! No battle out. Weiter geht's. So, wir bauen uns also jetzt ein neuer Truck. Finde ich gut. Ballonen! 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 What? Coats? Nee. Ich mach das ohne Coats. Null, ich dachte, das sei sonst was. Was ist denn los? Ey! Ey! Wow! 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 Okay, einen Moment. Ist bestimmt auch auf der anderen Seite. Ah, ist mir gut schon alles. Ich will auch da wohnen. Ich hab's immer lustig. Ah, ha, 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 ha. Ich hab' das spielen. Wurden! Entschuldigung, ich muss da mal hoch. Ah, ich kann nicht hoch. Ist nur zum Rutschen, okay. Fun, fun, fun. Eben, wo ich ne? Hä? Den einen hab ich jetzt nicht? Junge, komm her. Ich muss mir mal ein bisschen Zeit machen. Ha! Überlass das mir! Ich schmier das erstmal. Hey, Boss, hast du nicht ein Spielzeug, das da reinpasst? Äh, doch. Da, da hab ich. Und so, was soll ich bloß tun? Okay, einen Truck hab' ich. Junge, komm mit. Du musst arbeiten jetzt. Geh nach oben. Im Ernst? Ja, okay. Menschlicher Leiter, warum nicht? Oh, wenn ey. Ein Moment. So, oben geht nicht. Na, schön. Ist es jetzt da durch, oder? Okay. Da ist sie. War grad ein bisschen komisch. Nee. Jetzt haben wir es aus, oder? Ach, was? Jetzt schieben wir es ganz raus. Guck, blieben. Runter damit. Mit einem riesen... Clown-Schuh. Wolltest du ja erst sagen, McDonnell-Schuh. Und... Auf geht's. Du kannst nun das leveln, was? Was kann ich? Ich hab irgendeine... Irgendeine auf dem Handy. Oh mein Gott! Ist das gut. Fotoschießen. Ich kann nicht mehr. So gut. Auf geht's nach oben. Auf geht's nach oben. Wir brauchen dringend ein besseres Ablagesystem. Der Baum. Du denkst, dass ich das nicht hinkriege. Liegst du richtig? Aber es gefällt mir absolut nicht. Hä? Was kriegst du nicht hin, Harley? Hm. Das sind Augen. Puh. Was wird das jetzt? Ah. Okay, ich kann nicht daran, aber... Oh, das quietschen. Sammeln wir jetzt die fabelhaften Halunken ein, die uns bei unserer Mission helfen werden. Volle Fahrt voran! Was war das? Kennst du den? Kann ich aussteigen? Natürlich kann ich aussteigen. Cool. Geh mal weg. Ich will jetzt nicht... Okay. Ah ja, da ist unser Versteck. Merkt man kaum. Und steigt bitte ein. Auch, Harley. Harley. Okay, Harley. Ich war ohne dich. Wuuuuh! Immer den Radar. Wichtige Orte. Entschuldigung, ich... Ich hab... Schau auf mein Handy. Ich kann nicht anders. Danke, danke. Übrigens mach ich meine Stunts alle selbst. Sorry, Leute. Die Musen rufen. Signierte Autogrammkarten gibt's auf meiner Website. Das ist also die Gig Economy. Ich brauch einen besseren Agenten. Hm, hm, hm. Oh, Moment mal. Ich glaub, ich muss drehen. Das blöde Handy. Kann das Handy mal weggehen? Danke. Ist das da unten? Kann ich noch da unten? Hm, verdammt. Äh, es könnte sein, dass ich feststecke. Danke. Damit. Feuer. Explodier. Dankeschön. Dankeschön. Fahr mir auf, da. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich hier gar nicht. Das ist allerdings besser, wenn man schnell geht. Oh, ihr wollt also spielen, ha? Das soll hier neust sein. Wer? Oh, ich hätte gehofft. Meine Mitfahrgelegenheit ist hier. Ihr macht einfach weiter. Das. Oh, aber ich hab ein Rätsel für euch. Wer von euch wird zuerst müde und gibt auf? Hm. Hm. Mach schön. Hey, Riddler. Du stehst doch auf Rätsel. Kennst du das neue Justice Syndicate? Ich hab gesehen, wie sie die alten Justice Loser verschwinden ließen. Hm. Was du nicht sagst, Harley. Warum sollten sie das tun? Weiß nicht. Aber sie führen was im Schilde. Ich hab alles auf meinem Handy aufgenommen. Aber ich hab's verloren. Ich glaube, du bist selbst nicht mehr ganz da, Harley. Eine böse Justice League? Komm schon. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Hm. Die Justice League böse ist. Klingt ja die bösen gut. Ein Fahrrad. Naja. Auf jeden Fall. Gebt mal auf die Seite, Leute. Nichts? Ja, das. Na, 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 na. Na, 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 na. Na dann. Ist bei der Justice League eine... Meine Herren. Können wir uns nicht irgendwie einig werden? Sieht aus, als wäre der gute Doktor erwischt worden, Boss. Vielleicht könnte etwas Lachgas die Cops vertreiben und ihn befreien. Da hält Bäume. Entschuldige, Harley. Du bist noch ein bisschen im Weg. Ein Gwietchenchen, ein Fisch, eine Tote. Und los geht's mit dem Joker, gell? Die Schorch. Lachen ist die beste Medizin. Ha! Wo ist jetzt der Zuckerwürfel, um sie zu verabreichen? Hilfst du den neuen Rezeptionsrobot? Ist es nicht herrlich, wenn eine Rettungsmission klappt? Haben wir nicht gut. Ach, es ist so schön, die Gang wieder zusammen zu haben. Nächster Halt, Gotham City Police Department. Ah, 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 ah. Einen Moment, was ist das? Dein Geld macht alles, bis du dir wirst. Äh. Was hab ich gefunden? Was flürt da? Halt da rein! Okay, dunkle Gasse, alt da. Ich kann das alles mal später machen. Ahm, mal hier unterziehen. Ja, mal auf! Auf, auf! Tolle Geschichten, Mann! Achtung, Hund! Oder Katze, ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war ein Hund. Aber ich habe ihn nicht mal angefahren. Hat er schon, doch nicht? Wir sind fast da! Schön lächeln, Leute! Aha, und jetzt geht's erst weiter mit der Geschichte. Alles klar. Na dann, auf geht's! Hey, Louis, es funktioniert! Schön, Jimmy, einen kleinen Moment noch. International ausgezeichnete Reporterin Miss Louis, Laine heiß auf der Spur einer, äh, heißen Sache. Hallo? Nein, verbinden Sie mich mit Jim Gordon. Commissioner Gordon. Würdest du aufhören, mich mit deiner neuen Kamera zu nerven? Geh lieber Clark filmen. Oh, das geht nicht, Louis. Clark ist noch nicht aufgetaucht. Das sieht Clark aber gar nicht ähnlich. Äh, hallo? Commissioner! Hi, Lois Lane hier, Daily Planet. Ihr Kommentar zu dem jüngsten Einbruch im Amazo-Labor? Ja, Miss Laine, wir tun alles, was wir können, um... ...der Gefangene aus dem Transport? Dazu gebe ich keinen Kommentar. Ja, sie sind noch auf der Flucht. Nicht ihr, Harvey, direkt mit dem Tresor. Ha? Miss Laine, ich muss los. Ich komme zu spät zum Essen mit meiner Tochter. Reporter. Aha. Ah! Oh! 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 Yeah! Ah! Okay, und unser Spielzeug aus dem Tresor! Miss Queen und ich warten hinten, wenn ihr fertig seid! Husch, husch! Aha! Ah! Herlei, Barbara! Das Essen muss warten! An aller Erlangstücke Roten... Ich habe ein Rätsel für euch. Wann ist ein Düsenstrahl wie eine Narzisse? Heilt den Rand! Der Polizeitresor räumt sich nicht von selbst aus. Noch viel wichtiger! Unsere Anwesenheit scheint nicht unbemerkt geblieben zu sein. Sollen wir?! Aber natürlich! Komm zuerst alles mal zerstören! Oh, die haben ja sogar Schilde gegen mich! Ist ja toll! Toll! Ahahaha! Clayface! Die alte Schlammlawine! Ach ja, ich weiß schon! Stimmt ich, oder? Hat der irgendwas gemacht? Kann ich was ausmachen? Nicht verwendbar? Hm! Gegenständen kann man wohl keine Angst machen! Oh! Ich weiß nicht, ob man kann es zerstören! Ah! Er gibt ein bisschen Feuer! Na dann! Clayface! Los geht's! Los geht's! Oh, gut! Das Stunt-Team ist da! Hoffentlich könnt ihr gut fallen! Ich kann mich größer machen! Kleiner! Das ist ja cool! Wow! What? Ja! Und jetzt! Ja! Und jetzt! Entschuldigung! Oh! Oh! Richtig gut! Kann ich das anspüssen? Nee! Rilla! Äh! Aha! Ich mach' ein Rätsel drauf! Dann kann ich's auch lösen! Im Ernst! Hä? Äh! Okay! Gordon hier! Brauchen Verstärkung! Wiederhole! Brauchen Verstärkung! Sofort! Diesmal wird sie ein Hilferuf nicht retten, Commissioner! Wenn wir an ihnen vorbei sind! Hey! Was glaubt er, wo er hingeht? Hm! Er hat die Türen abgeschlossen, um uns aufzuhalten! Wir müssen da durch! Geht mal weg! Ich muss hier mal aufrollen! Mit aufrollen? Ich hab' es verschlagen! Hihihi! Äh! Ich kann mit Stock werfen! Interessant! Okay! Ich mach' da nix anderes, als wenn ich mit dem Bild auf den Schock! Na-la-la-la-la-la-la-la-la! okay okay erst mal nach hinten liegen die da die dame doch natürlich auch nicht lang werden ist wohl was für alle jungs schade nicht nur gut wenn ich meine grausen sachen ein Ah ja, ich seh. Da war doch jemand, oder nicht? Wahrscheinlich wieder er? Hier. Ein Stern. Was war kein Wohlgeheim bedeuten? So, er ist ready. Jetzt mal einen Topf zusammenbauen. Was war das jetzt? Ein Spinner. Ein Schälen. Und hier fürs. Schön einladen. Gibt's da noch mehr, gell? Ja. Wohin. Okay. Okay. Okay, das interessiert ihn nicht. Dankeschön. Ah. Ah. Woher geht's heute? Wir haben jetzt ein paar Riddler-Kollegen. Oh, die Tür kann ich auch machen. Oh. Das ist ja toll. Da da da. Da 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 da. Da da da... Neherrilla? Ja? Soll ich dir helfen? Ja. Was hat mir helfen? Leute? Teamwork. Was für Akrobaten. Hahaha. Keine Getränke für euch. Na und jetzt? Na also. War doch noch was. Ah ja, so hackt man halt. Super schön. Alles klar. Alles klar. Guten Tag. Ich würde gerne ab. Achso. Wann muss der Placeface sein? Guten Tag. Kann er hier durch? Wann ja nur. Hahaha. Zu wieder, wieder. Wieder was bei Spielen gehen. Na 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 na. Ach ja. Alles klar. Okay. Es war sonst sehr gut, aber jetzt klappt nicht. Wie war der Ratschlag nochmal? Mach ne Pause, troll aus und setz dich durch. Verstanden? Aha. Ich spiele zwar die Hauptrolle, aber hierbei brauche ich noch ein paar Statisten. Wir helfen. Sehr gut. Was da auch drin ist, ist das Ganze hoffentlich weg. Wenn nicht, wird es jemandem sehr leid tun. Nun verdirrt uns doch nicht die Stimmung. Es sieht aus, als würde es halten. Wir verraten. W Ey, ihr seid Mum. W O swimming. Wir gehen jetzt mal, wie geht's der Platz? Wiem, du sagst das Musik. Wir gehen jetzt hin.